Guten Tag Herr Stubenrauch. Guten Tag Herr Rotter. Erklären Sie mir doch mal bitte. Ich sehe hier ganz ganz viele Kristalle und sehe bunte Lichter. Was hat es mit dem Tisch auf sich? Unser Tisch Burning Crystal ist gefüllt mit Glaskristallen. Das heißt, die werden dann von innen beleuchtet? Die werden von innen beleuchtet und aus jedem Blickwinkel bekommen Sie funkelnde Reflexe. Das heißt, wenn ich, oh ja, da glitzert alles. Wenn ich hoch und runter gehe, seitlich gehe, da funkelt es. Das heißt, Sie wollen wirklich Leute mit diesen Reflexionen auch kriegen und nicht nur den Tisch als Möbelstück sehen, sondern auch als Kunststück. Kann man so weit gehen? Als Kunststück. Es ist Kunststück. Es ist Handarbeit und es ist deutsche Handarbeit. Das heißt aber, hier ist wirklich alles voll mit Kristallen. Der Tisch ist ganz schön schwer, oder? Dieser Tisch mit einem Meter 30 x 90 hat 150 Kilo. Okay, den verschiebe ich nicht mal so. Der Tisch ist nicht zum Verschieben gedacht. Der soll einfach gut ausschauen? Der soll nur wirken. Wenn ich mir diese verschiedenen Farben jetzt ansehe, würde ich mal vermuten, man kann die Farben wechseln. Liege ich da richtig? Die natürliche Rote, die kann man wechseln. Okay, dann zeigen Sie mir das doch einmal. Was ist da alles möglich? Die Farben des Tisches können Sie einfach per App verstellen? Sie können hier die Flächen der Tische verstellen. Okay. Sie können den Rand der Tische, die Farben verstellen und natürlich auch die Tischbeine. Die Tischbeine sind auch wechselbar, okay? Das ist also eine sehr bunte Angelegenheit, kann man sagen. Das ist eine bunte Angelegenheit und Sie können jede Option dimmen und diese Einstellung dann abspeichern. Wer kauft das, was sind so Ihre Kunden? Jeder, der wohl licht und vorbildet.